Learn German with Anja! Hallo alle zusammen! Hello everybody! Heute oder jetzt sprechen wir über das Verb haben und haben heißt to have. Haben, okay? So, first I have. Ich habe. Ich habe. Du hast. Er, sie, es hat. Hat. Wir haben. Ihr habt. Sie haben. Und wie immer machen wir eine Übung. So, as always we do an exercise. Und zwar, du musst das richtige Wort einfügen. You have to insert the right word. Okay, ich einen Bruder. Einen Bruder. Einen Bruder. Ich habe einen Bruder. I have a brother. Er hat Hunger. Er hat Hunger. Er hat Hunger. He is hungry. Er hat Hunger. Wir fünf Kinder. Wir haben fünf Kinder. Wir haben fünf Kinder. Es geregnet. It has rained. Es geregnet. Es hat geregnet. Gestern hat es geregnet. Yesterday it rained. Ihr, ihr viel Spaß. You have a lot of fun. Ihr habt viel Spaß. And the last one, sie. Sie, zwei Brüder. Zwei Brüder. So they have two brothers. Sie haben zwei Brüder. So, das ist alles. That's all. Und bitte schreibe einen Satz mit Haben in die Kommentare. Write one sentence with Haben in the comments. Und ja, thumbs up if you liked this video. Daumen hoch. Daumen, das sind meine Daumen. Hoch, high. So, thumbs up, wenn du dieses Video magst. Alles klar? Gut, wir sehen uns bald. We will see each other soon. Tschüss. Ciao, ciao.